ja hallo meine freunde ich bin hier diesmal solo mit der mp7 auf reserve unterwegs unter anderem um die quest safe corridor in der wir 10 scavs im underground warehouse töten müssen zu erfüllen und auch noch die scavs in den barracks soweit war zumindest der plan die runde ist echt interessant geworden möchte ich euch nicht vorenthalten und das war es eigentlich auch schon wieder mit dem gebabbel von mir ich bin's wie immer euer gunshot und wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video genau hier will ich nicht spawnen oder nicht schön hier müssen wir nämlich überhaupt nichts erledigen und hier wollen sie alle hin noch nie noch nie hier wenn wir jetzt wir aber jetzt geht hier wollte ich gar nicht ja gut ok dann machen wir noch kurz den quatsch leer ich sehe jetzt natürlich nicht alles da liegt doch irgendwas schönes ach warte mal ich glaube wir können hier zurück und kommen oben raus ja 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 Ich glaube, die kamen hier, ich gucke das mal nach, ich glaube, die kamen hier auch oben raus. Ich glaube, die kamen hier, ich glaube, die kamen hier, ich glaube, die kamen hier. Ich glaube, die kamen hier, ich glaube, die kamen hier, ich glaube, die kamen hier, ich gucke das mal nach. Das war's für heute. 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 Oh. Mal gucken, was die dabei haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach. Ich hab's doch gar nicht mitgenommen. Das war's für heute. Oh, ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's grad, wo ich. Ich hab's. 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 rinnen. Zu essen wär ja nicht schlecht. Nö? Hier haben wir noch 47.3 Aber wir könnten trotzdem versuchen, die Tour rauszukommen. Die Tour rauszukommen. Oh, was ruckelt das so? Oh, da. Warum ruckelt das? Oh, da. Oh, da. Ja, gehen wir die Tour oder versuche ich zum Bahnhof zu kommen. Tu es offen. Oh, da. 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 Hallo? Tchuuu! Spannende Musik 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 und zumindest die Waffe entfernt und dann ist er irgendwann rumgestratzt. Ich habe aber wirklich davon null Sounds.